Herzlich willkommen zum Kachelmannwetter am Karsamstag. Wir schauen zurück, zunächst Karfreitagabend, ein Bild von der Nordsee, eingeschickt von Lucca, mit wunderbaren Farben und die bedingt auch dieser Sonnenuntergang durch die Staubtrübung, die wir momentan haben. Sahara-Staub ist in der Luft, wir sehen das auf dem Satellitenbild, diese Grauschleierfärbung, die wir im Land haben. Und Sie sehen es selber, wenn Sie draussen sind, die Staubtrübung ist da. Zum Teil macht es sich auch bemerkbar mit Wolken, die etwas kompakter sind. Also es ist zum Teil nicht ganz so sonnig wie prognostiziert und zum Teil auch die Temperaturen dementsprechend 2 bis 3 Grad gedämpft gegenüber Ihren Apps, die Sie vielleicht sehen, wo richtig sonniges Wetter jetzt am Karsamstag und am Ostersonntag prognostiziert ist. Schauen wir voraus, Ostersonntag, eigentlich eine Zweiteilung da, insgesamt über der Westhälfte, da sind wir den Tiefen immer näher. Da kommen immer wieder Frontensysteme und so Tiefausläufer herein. Die bringen dann einzelne dichte Wolken und zum Teil etwas Regen oder Regenschauer. Die sind dann zum Teil auch gewittrig verstärkt und jeden Kilometer nach Osten, da ist es freundlicher. Da zum Teil aber auch am Sonntag diese Staubtrübung noch da. Temperaturen dementsprechend dort maximal so bis zu 20, knapp über 20 Grad im Westen des Landes. Das ist eine Spurkühler. Ostermontag, das Ganze wird dann etwas ausgeglichener, das Tief kommt weiter ins Landesinnere voran. Es gibt dann schon bis in der Mitte des Landes, auch im Westen, immer wieder Regen, zum Teil auch begleitet von Wind. Einzelne Regenschauer und Gewitter sind dabei. Ganz im Osten des Landes, da bleibt es am längsten freundlich trocken und erneut Temperaturen dort bis zu 20 Grad. Also insgesamt sehr milde Aussichten. Wir wünschen vom Kachelmann-Team frohe Ostern.